Der Tisch ist schon wieder im Weg. Wo ist dein Zutto? Ja, der kommt zu spät. Du sagst okay. Sollen wir denen sagen, dass wir filmen? Nein. Die ist jetzt schon voll unfreundlich. Wer ist denn? Ich hab keinen Hunger. Du stehst fahren, rein fahren. Ich darf nicht fahren. Ich hab keinen Führerschein. Egal, fährst du trotzdem. 2,4 Promille. Komm Claudio, auf einen Hubs. Ein Hamburger bitte. Das ist die dürste Idee, die du hier gehabt hast. Du hättest die 99 Cent sagen. Ich konnte nicht, wenn ich jetzt so lachen müsste. Was für ein... Darf ich sagen? Das ist jetzt das zweite Mal. Das zweite Mal weißt, wir müssen das noch zehnmal machen. Das wird nicht gemacht. Die hasst uns. Ja und? Die muss uns servieren. Die muss uns servieren. Wir haben den Euro. Dem Euro. Dem Euro. Dem Euro. Dem Euro haben wir jetzt raus. Trotzdem, jetzt ist es zu spät. Wir fahren jetzt. Wir kommen doch gleich wieder. Sorry. Wir haben den Euro vergessen. Egal. Wir fahren jetzt. Ohohohohohoho. Wie nüß. Gladio, du bist da am Arsch. Ich schau mal. Ich weiß nicht, ob die da Spucke aufgemacht hat. Dann kann ich die verklagen. Und dann gewinnen wir auf jeden Fall was. Wenn die unfreundlich wird, dann planten wir halt zurück. Die hat nicht unfreundlich zu werden. Und wenn sie es doch wird, dann kriegt sie einen aufs Maul. Und dann beschwere ich mich. Und dann kriegt sie nochmal einen aufs Maul. Hat man mir beim Legoland auch so beigebracht. Legoland? Ja, letztes Jahr? Der Legoland gearbeitet hat als Verkäufer. Du musst den nächsten lassen. Da ist auf jeden Fall draufgequatzt worden. Wenn die schon guckt, das denkt sich halt. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich mit deiner Mutter, du Hurensohn! Fick dich! Ich trau ihm nichts gut für, Mamuschka! Das tut mir! Wie lange wir gerade auf dem Scheiß-Bloger warten schon. Das soll nur sein, ich beschwere. Jetzt kommen die Bilder, spick dich mit deiner Mutter! Weißt du, was ist das? Ja, Gurke! Aber ich gehört es noch. Das ist Kamp?